Liebe Christen und die es gerne sein möchten, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen Ischua. In unserer letzten Sendung zum Thema Ostern haben wir von zwei unterschiedlichen Evangelien, das heißt zwei unterschiedlichen Botschaften gehört. Die eine Botschaft oder Lehre ging um gewisse Bräuche, das Einhalten von Bräuchen, die auch aus dem Heidnischen kommen. Die andere Botschaft ist die Frohe Botschaft, das Evangelium Jesu Christi, wo es um den Sinn des Sterbens und der Auferstehung des Herrn Ischua, Maschias geht. Heute schauen wir uns die sogenannte Passion, also Leidensgeschichte und die Auferstehung unter einem zeitlichen Aspekt an. Das ist eigentlich sehr interessant, also wir machen heute ein bisschen Mathematik, müssen wir ein bisschen rechnen. Uns geht es dabei heute nicht so um Details des ganzen Leidens und der Auferstehung Jeschua, Maschias. Das könnt ihr gerne nachlesen und zwar immer in den letzten Kapiteln der Evangelien, also in Matthäus 26 bis 28 oder in Markus 15 und 16 und in Lukas 22 bis 24 und im Johannesevangelium Kapitel 18 bis 21. Da könnt ihr nochmal im Detail schauen, wie die letzten Tage Jesu Christi bzw. dann die Auferstehung verlaufen ist und gleichzeitig vergleichen wir dann auch, wie das Ganze zusammenpasst oder auch nicht zusammenpasst mit der zeitlichen Abfolge der Osterfeiertage der verschiedenen, die wir heute so kennen. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle diesen Ablauf der sogenannten Karwoche, der uns in den Kirchengemeinden verkündet wird. Also es beginnt mit dem Palmsonntag, das sollte der Tag sein, an dem Jesus in Jerusalem einzog. Dann kommt der grünen Donnerstag, praktisch der Tag des Abendmahls. Am Karfreitag wird verkündet, dass Jeschua gestorben ist. Dann erfolgt der Kar-Samstag, da gibt es dann am Abend manchmal schon so Gottesdienste mit Auferstehungsfeiern und dann schließlich und endlich der Ostersonntag, an dem Jeschua Maschia am Morgen auferstanden sein soll. Das Ganze wird abgeschlossen mit dem Ostermontag. Da wird in der katholischen Liturgie Jahr für Jahr der Gang der beiden Jünger nach Emmaus besprochen. Was genau sagt aber das Wort Gottes über den Tod und die Auferstehung? Wir lesen jetzt einmal Matthäus Kapitel 12 Vers 38 bis 40 Und jetzt kommt es aufpassen. Wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Also wir hören hier genau, dass es drei Tage und drei Nächte sein sollten, in denen Jeschua tot sein sollte im Herzen der Erde. Das heißt, er ist gestorben, der Leib liegt in der Gruft und er selber, seine Seele, befindet sich im Hades, im Totenreich, um dort die bis dahin gefangenen Seelen, die mit ihm in den Himmel kommen sollten, zu erlösen. Diese mussten nämlich im sogenannten Scheol warten, bis der Herr kam und dem Totenreich den Schlüssel entriss. Über das Totenreich gibt es eine Lehre vom Bruder William. Das könnt ihr anhören. Bleiben wir bei den drei Tage und drei Nächten. Im Jüdischen ist es so, dass ein Tag am Abend beginnt und dann bis zum nächsten Abend geht. Deswegen findet ja beispielsweise auch der Schabbat bei den Juden ab Freitagabend statt, also ihr wöchentlicher Feiertag und geht bis Samstagabend. Und es geht immer los um 18 Uhr bis 18 Uhr. Das heißt, von 18 Uhr bis 6 Uhr in der Früh gilt nach jüdischer Vorstellung, nach hebräischer Vorstellung die Nacht und von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends ist praktisch biblisch gesehen der Morgen, also der Tag. Und das ist schon seit Anfang so. Das steht nämlich auch in der Schöpfungsgeschichte. Drei Tage und drei Nächte. Jehuscha ist ja am Passerfest gestorben. Darüber werdet ihr auch zu gegebener Zeit noch etwas mehr erfahren. Aber das musste ja auch so sein, weil er ist ja das sogenannte Passerlamm oder ein Symbol des früheren israelitischen Passerlamms. Wie gesagt, da werden wir euch noch ein bisschen was erklären dazu. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. In dem Jahr, als Jehuscha Mashiach gestorben ist, fand das Passerfest von Montag auf Dienstag statt. Also der 14. Nissan begann am Montagabend um 18 Uhr und ging bis Dienstagabend um 18 Uhr. Das heißt, diese Sache mit dem grünen Donnerstag, die kann schon mal gar nicht stimmen. Das war, wenn dann ein grün Montag, wenn man das so nennen möchte. Und da hat er mit seinen Jüngern zusammen das Passermal, also die Pessachfeier, gefeiert. Und dann gingen sie zusammen zum Ölberg nach Gethsemane. Dann ist er am Dienstag vor dem Hohen Rat der Juden gekommen, den sogenannten Sanhedrin. Und anschließend vor Pilatus. Das musste aber alles schon ziemlich früh am Morgen passiert sein, weil mit diesen Verhören musste er eigentlich mindestens um 8 Uhr fertig sein, weil er wurde ja um 9 Uhr in der Früh schon gekreuzigt. Das kann man in den Evangelien nachlesen. Da heißt es, zur dritten Stunde ist nach dem jüdischen Tagesablauf 9 Uhr, weil der Tag beginnt ja bei den Juden um 6 Uhr in der Früh, also dritte Stunde 9 Uhr. Er war am Kreuz, bis er gestorben ist, bis 3 Uhr nachmittags, also zur 9. Stunde steht geschrieben, ist er gestorben. Sechs Stunden lang am Kreuz. Nach seinem Tod hat ihn dann ein reicher Mann und heimlicher Anhänger, Josef von Arimathea, der hat das nicht ganz so öffentlich gemacht, weil er selbst auch ein hoher Ratsherr war und sich vor seinen Kollegen nicht die Blöße geben wollte. Der hat sich die Erlaubnis geholt, dass er ihn abnehmen darf und der hat ihn dann in seine Gruft gelegt, also das war ein Grab, das noch nicht benutzt war. Und dann war der Herr Joshua drei Nächte und drei Tage im Grab. Und jetzt werden wir mal rechnen. Dienstagabend ist er praktisch reingelegt worden. Dienstagnacht und Mittwoch eine Nacht ein Tag. Mittwochnacht und Donnerstag zwei Nächte zwei Tage. Donnerstagnacht und Freitag drei Nächte und drei Tage. Das heißt, am Freitagabend war diese Frist, diese prophetische Frist eigentlich zu Ende. Das heißt, auferstanden musste er sein zwischen 18 Uhr am Freitagabend und 6 Uhr in der Früh am Samstag. Und das passt wiederum genau zusammen mit dieser biblischen Zeitrechnung, weil jede Woche ja am Freitagabend von 18 Uhr bis Samstagabend 18 Uhr der jüdische Schabbat ist. Und da Joshua, selbst Jude war, war er auch von göttlicher Richtung gezwungen und von menschlicher, die jüdischen Richtlinien, die jüdischen Gebote einzuhalten. Weil sonst hätte ihn ja auch niemand als den Messias anerkannt, wenn er nicht die jüdischen Zeiten eingehalten hätte. Weil die waren ja von Jahwe gegeben. So, wir haben jetzt verstanden, dass in dem Jahr, in dem Joshua gestorben ist, das Passa wohl am Montagabend begann. Wir haben auch verstanden, dass es nach drei Tagen und drei Nächten Freitagabend war. Aber was wir jetzt immer noch nicht verstanden haben, ist, wie dieses Missverständnis des Sonntagmorgens als Auferstehungsmorgen zustande gekommen ist. Und zwar ist es ganz einfach. Durch eine falsche Übersetzung einer Bibelstelle und eine falsche Auslegung passiert. Und zwar, es geht um Markus 16 von Vers 1 bis 2. Da steht nämlich geschrieben, Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Also ich habe jetzt da gerade aus der Elberfelder Übersetzung, die eigentlich relativ gut ist, gelesen. Aber so in etwa steht es auch in anderen Bibelübersetzungen drinnen. Es geht um die Begriffe Sabbat und vor allem um den Begriff im Vers 2 am ersten Wochentag. Liebe Leute, der Begriff erster Wochentag ist eine völlig falsche Übersetzung. So steht das nicht im griechischen Urtext drin. Da kann jeder auch selber nachschauen. Im griechischen Urtext steht drin im Vers 2 Und sie kommen sehr früh am ersten Sabbat zu der Gruft. Nicht am ersten Wochentag. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen unser Gehirn einschalten. Wie kann es sein, wenn da steht im Vers 1 Und als der Sabbat vergangen war und dann im Vers 2 Kommen sie sehr früh am ersten Sabbat zur Gruft. Das ist ganz einfach wieder dieser Unterschied zwischen dem jährlichen Schabbat. Im ersten Vers wird von diesem Schabbat gesprochen, der mit dem Fest der ungesäuerten Brote zu tun hat. Das ist der 15. Nisan, der kommt jedes Jahr wieder. Das ist eines der sieben Feste des Herrn. Und der Schabbat, der sogenannte erste Schabbat im Vers 2 Der spricht vom wöchentlichen Schabbat. Das heißt vom wöchentlichen Ruhetag der Juden. Also als der erste Schabbat dieser 15. Nisan und so weiter des Fest der ungesäuerten Brote vergangen war, kommt der Ruhetag Schabbat von Freitagabend bis Samstag in der Früh. So, auf was wollen wir raus? Es ist tatsächlich so der Fall, dass die Frauen am Samstag in der Früh, und zwar an ihrem wöchentlichen Schabbat, am Samstag in der Früh sind die ans Grab gekommen und haben es leer vorgefunden. Den Ostersonntag hat es also so in der Bibel nie gegeben. Auch nicht den Gründonnerstag, auch nicht den Karfreitag. Die Sachen gibt es alle in unseren Traditionen, aber nicht in der Bibel. Also liebe Leute, wenn ihr gerne Gründonnerstag, Karfreitag, Samstag, Ostersonntag und so weiter feiern wollt, ist es eure Entscheidung. Aber mit der Bibel hat es jetzt nichts zu tun. Nicht, dass sich jemand sagt, ich bin ein guter Christ und feiere am Sonntagmorgen das Auferstehungsfest. Du bist deswegen kein guter Christ. Wenn du allerdings sagst, ich glaube sowieso nichts, hauptsache der Osterhaus kommt am Sonntagmorgen, am Ostersonntag. Okay, ist deine Entscheidung. Hauptsache die Menschen haben mal die Wahrheit gehört, die wir über den Herrn Joshua Maschir wissen und dann steht die Entscheidung bei jedem Einzelnen. Aber man muss tatsächlich wissen, ohne Glauben ist es unmöglich, dem Herrn zu gefallen und es ist ohne Glauben auch wirklich unmöglich, in den Himmel zu kommen. Ich danke dem Herrn für sein Kreuz und seine Auferstehung. Ich danke ihm für seine Offenbarung und ich danke ihm, dass er uns so lieb hat und so viel Geduld mit uns hat. Amen 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 Untertitelung des ZDF, 2020